Musik Wir haben einen ukrainischen Jungen in unserer Klasse und in der Nebenklasse zwei andere und da habe ich einmal die genommen und dann sind wir zusammen in einen Raum gegangen und haben wir zusammen geübt. Also die schönsten Momente sind definitiv, wenn man bei den Kindern sieht, jetzt hat irgendwas funktioniert, jetzt hat das Kind etwas verstanden und natürlich, wenn man mit den Kindern auch lachen kann. Das ist eigentlich ganz lustig, den Schülern zu helfen, mit manchen Aufgaben und zu sehen, wie mancher Typ von den Schülern ist, welche richtig laut sind, die schüchternen, da spiegelt man sich selbst auch oft in den Schülern wieder. Eine Erfahrung, die ich glaube ziemlich lange mit mir mittragen werde. Eine Schülerin hat mich gefragt, wann wir eigentlich mal Unterricht machen am Mittwoch. Und da habe ich ihr erklären müssen, Unterricht kann auch Spaß machen. Also meine Klassenvorständin hat es mir angeboten und da dachte ich mir, weil ich ja eh Lehrerin werden will, überlege ich es mir halt mal. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich es einfach mal ausprobiere. Ja, die Buddys, die sind ja mitten im Unterrichtsgeschehen dabei. Sie bekommen mit, wie der Unterricht so läuft, wie der Unterricht abläuft und sie lernen einmal kennen, wie das aus Lehrerperspektive ist. Also wie die Lehrperson mit verschiedenen Konfliktsituationen umgeht und ganz einfach, wie sich der Unterricht von der Seite der Lehrperson gestaltet. Wir helfen den Kindern beim Lernen, zum Beispiel bei Mathematik. Wenn sie sich nicht auskennen, helfen wir ihnen. Wir erklären sie ihnen nochmal, wenn sie es nicht verstanden haben. Um einfach generell für sie da zu sein. Es ist auch wichtig, so diese Balance zu finden zwischen Humor mit den Kindern führen, aber gleichzeitig auch wissen, wann es zu viel ist. Also dieses streng bestimmt sein, aber gleichzeitig auch lustig, spaßig sein. Also das Wichtigste ist Leidenschaft für den Beruf und die Liebe für Kinder. Ich möchte den Kindern eine Schulzeit geben, die sie genießen können und auch gleichzeitig eine Bezugsperson für sie sein, eine männliche, weil viele Kinder, manche brauchen es. Und dafür ist dann ein Mann auch ziemlich praktisch. Und einfach die Offenheit auch. Einfach offen sein für die jetzige Situation von den Kindern, die Tagesverfassung respektieren und darauf individuell anpassen, weil jeder kann einen schlechten Tag haben. Kinder auch. Ich glaube eigentlich gute Nerven, weil die Kinder können immer sehr laut werden und halt wild und sie muss viel wissen, damit sie auch viel den Kindern beibringen kann. Ein guter Body kann sich in die anderen Kinder hineinversetzen und wie es ihnen geht, mit zum Beispiel Fächern, wo sie Probleme haben, dass man ihnen hilft. Das soziale Engagement, das ist großartig. Ein Kind, das in seinen so jungen Jahren bereits weiß, wie es helfen kann und wie es dem Kind möglich ist, anderen Kindern zu helfen und auch die Bereitschaft da ist. Ja, wenn du denkst, dass du gerne anderen Leuten etwas beibringst und gerne mit Kindern arbeitest, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja. 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 Ja.